Topfgucker TV empfiehlt. Settel geschnitten und Sugar, bitte. Wir salzen kurz. Dann kommt eine Himbeerfinegrette drauf. Dann fünf Minuten in den Kühlschrank stellen. Nach fünf Minuten habe ich das aus dem Kühlschrank rausgenommen. Und jetzt können wir anrichten. Eine Frustreise. Sehr frisch, sehr frisch. Jetzt rote Bete-Püree. Und hier tue ich Ossietra-Kaviar auf die Sugarbete. Liebstöckelkasse. Also wir benutzen schon viele frische Kräuter. Und es kommt noch ein Vanilleöl auf den Teller. Dann rote Bete-Chips. Fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und vielleicht sehen wir uns ja hier in Frisange. Bis bald. Tschüss. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de